Hallo und herzlich willkommen bei Belletristik fürs Volk. Mein Name ist Max und in diesem Video möchte ich euch einmal erklären, worum es bei diesem Kanal gehen soll. Es soll vor allem um Literatur gehen. Also wo steckt Literatur überall drin? Was ist Literatur eigentlich? Und natürlich soll es um Bücher gehen. Dabei werde ich mich ein bisschen mehr auf Unterhaltungsliteratur, also Belletristik, fokussieren, aber auch klassische Romane werden eine Rolle spielen. Und ich möchte ganz genau schauen, wie hat der Autor seinen Roman strukturiert? Was ist der Stil des Autors? Wie bringt er die Intention des Buches rüber? Das möchte ich mir hier angucken. Dabei möchte ich Rezensionen erstellen, die über das Normale noch etwas hinausgehen und ein bisschen tiefer einfach reinschauen in die Materie. Ich möchte nicht einfach nur sagen, dass das Buch ist gut oder schlecht. Sondern ich möchte mir einmal wirklich im Detail anschauen, was da passiert ist. Und dazu werde ich vielleicht auch mal Autoren vergleichen. Ich werde Bücher vergleichen. Ich werde mir Epochen angucken. Und ich möchte auch mal schauen, wie schreibt man denn selber einen Roman? Ja, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich da schon der Experte bin. Aber ich möchte gerne mit euch zusammen das mal ausprobieren. Schauen, was sind denn die perfekten Schreibtechniken, wenn man einen Roman schreiben will. Was braucht es dann noch alles zu? Und möchte das dann auch anwenden. Und natürlich soll das Ganze auch ein Austausch sein. Also ich möchte nicht hier immer alleine vor der Kamera einfach stehen. Sondern ich möchte mit euch interagieren. Und deshalb würde ich euch bitten, dass ihr kommentiert, dass ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Vielleicht kennt ihr die Bücher schon. Vielleicht habt ihr da eine Meinung zu. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung als ich. Und dass einfach, wie gesagt, so ein Austausch entsteht. Ja, und darum soll es hier gehen bei Belletristik fürs Volk. Ich habe Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.